Michael Rodriguez steht vor einem Ölgemälde, das ihn selbst darstellt. Gemalt hat es kein geringerer als der frühere US-Präsident George W. Bush. Schon während seiner Amtszeit griff Bush öfters zum Pinsel. Heute ist die Malerei sein größtes Hobby. Rodriguez ist einer von mehr als 50.000 US-Soldaten, die verwundet aus den Kriegseinsätzen im Irak und Afghanistan zurückkehrten. Kriegseinsätze, die George W. Bush beschlossen hatte. Dennoch hiegt Rodriguez keinen Groll gegenüber dem Ex-Präsidenten. Präsident Bush kennt uns. Das hier sind nicht nur Veteranen, mit denen er sich mal getroffen hat. Vielleicht habe ich das nicht genug betont. Er hat diese Männer und Frauen persönlich kennengelernt. Er ist unser Freund und ich übertreibe dabei nicht. Er liebt uns und wir lieben ihn. Er kennt mich und er kennt meine Familie. Er kennt unsere Geschichten. Nicht, weil er von ihnen gelesen hat, sondern weil er sich Zeit genommen hat, uns kennenzulernen. Das ist eine große Ehre für mich. Von einem US-Präsidenten gemalt zu werden, ist einfach eine besondere Ehre. Für Bush scheint die Malerei auch eine Art Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit zu sein. Seit dem Ende seiner Amtszeit 2009 hat er zahlreiche Veteranen getroffen. Zum Essen, zum Radfahren oder Golfspielen. Zum Essen, zum Essen, zum Essen. Vielen Dank.